Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, wenn du an Astrologie und die Macht der Sterne glaubst, hast du sicherlich schon einmal darüber nachgedacht, wie die Konstellationen dein Liebesleben beeinflussen können. Am 26. April 2024 stehen die Sterne für einige Sternzeichen besonders günstig, um positive Entwicklungen in der Liebe zu erleben. Hier erfährst du, ob auch dein Sternzeichen zu den Glücklichen gehört. Astrologie bietet nicht nur Einblicke in deine persönlichen Eigenschaften und Herausforderungen, sondern auch in die dynamischen Kräfte, die deine Beziehungen prägen. Diese kosmischen Einflüsse können erklären, warum bestimmte Perioden in deinem Leben reich an romantischen Möglichkeiten sind oder warum du manchmal auf unerwartete Schwierigkeiten stößt. Der 26. April ist ein solcher Tag, an dem die Sterne eine seltene Konstellation einnehmen, die das Potenzial hat, dein Liebesleben auf bedeutungsvolle Weise zu beeinflussen. An diesem Tag erleben wir eine Reihe von astrologischen Übergängen, die für vier Sternzeichen besonders vorteilhaft sind. Diese Konstellationen bieten eine einzigartige Gelegenheit, bestehende Beziehungen zu vertiefen oder neue romantische Begegnungen zu initiieren. Ob du nun auf der Suche nach Liebe bist oder deine bestehende Partnerschaft festigen möchtest, der 26. April könnte entscheidende Impulse liefern. Lese weiter, um herauszufinden, wie diese astralen Ereignisse speziell dein Sternzeichen beeinflussen und wie du diese Energien am besten für dich nutzen kannst. Löwe, Löwe, du liebst es, im Mittelpunkt zu stehen. Und am 26. April wirst du genau das tun. Die Sonne, dein herrschender Planet, bildet eine Konjunktion mit dem glückverheißenden Jupiter in deinem fünften Haus der wahren Liebe und Kreativität. Dieser Tag verspricht ein Feuerwerk der Emotionen und könnte den Beginn einer neuen und aufregenden Beziehung markieren. Nutze diesen Tag, um deine wahre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Ob in der Kunst, beim Ausgehen oder einfach in tiefen Gesprächen, zeige dich von deiner besten Seite. Deine natürliche Wärme und dein Charisma werden dir helfen, die Herzen zu erobern. Schütze Deine Abenteuerlust und dein Optimismus werden am 26. April besonders belohnt. Jupiter, dein Planet, steht in einer positiven Verbindung mit der Sonne, was Glück in allen Bereichen des Lebens, einschließlich der Liebe, verspricht. Dieser Tag könnte markante Wendepunkte in deinem Liebesleben bringen, also sei bereit, das Unbekannte zu umarmen. Nutze diesen Tag, um aus deiner Komfortzone herauszutreten. Ob ein spontaner Kurztrip oder ein neues Hobby, das du schon immer ausprobieren wolltest. Die Sterne unterstützen neue Erfahrungen, die auch neue Menschen in dein Leben bringen können. Stier Als Stier bist du bekannt für deine sinnliche Ausstrahlung und deine Beständigkeit. Am 26. April befindet sich Venus, dein Planet, in einer harmonischen Position zum Mars, was romantische und leidenschaftliche Erlebnisse verspricht. An diesem Tag wirst du eine besondere Ausstrahlung haben, die andere unwiderstehlich finden werden. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um die Initiative zu ergreifen, wenn du in einer Beziehung bist. Plane ein romantisches Abendessen oder einen Ausflug, der die Liebe zwischen euch neu entfachen wird. Wenn du Single bist, öffne dich für neue Begegnungen. Deine Ausstrahlung wird stark genug sein, um jemand Besonderen anzuziehen. Vertraue darauf, dass die Sterne dich führen und sei offen für das Unerwartete. Vage Vage, als Zeichen der Partnerschaft, wird der 26. April ein besonders wichtiger Tag für dich sein. Venus, dein Planet, steht in einem günstigen Aspekt zu Neptun, was eine fast magische Anziehungskraft auf andere hat. Deine Beziehungen, besonders die romantischen, können von einer tiefen Empathie und Verständnis geprägt sein. Wenn du in einer Beziehung bist, ist dies der perfekte Tag, um mit deinem Partner tiefer zu gehen und die emotionalen Bande zu stärken. Wenn du Single bist, halte die Augen offen, denn die Liebe könnte an der nächsten Ecke auf dich warten. Astrologie ist ein wunderbares Werkzeug, um ein besseres Verständnis für dich und deine Beziehungen zu gewinnen. Denke daran, dass die Sterne zwar Wege aufzeigen, aber der Weg selbst von dir gegangen werden muss. Liebe ist ein komplexes Feld, das Mut, Verständnis und manchmal auch Geduld erfordert. Nutze die günstigen Sternenkonstellationen am 26. April, um dein Liebesleben aktiv zu gestalten und vielleicht sogar zu transformieren. Bereite dich darauf vor, am 26. April mit offenem Herzen und wachem Geist in den Tag zu starten. Die Liebe wartet oft dort, wo wir sie am wenigsten erwarten. Halte deine Augen und dein Herz offen für die Wunder, die die Sterne für dich bereithalten. Vergiss nicht, dass jeder Tag eine Chance ist, Liebe zu geben und zu empfangen. Nutze die Astrologie als Wegweiser, aber vergiss nie, dass dein persönliches Glück in deinen Händen liegt. Zudem erinnere dich daran, dass die Beziehungen, die unter günstigen Sternen beginnen, dennoch gepflegt werden müssen. Die Sterne können den Funken liefern, aber das Feuer der Liebe am Brennen zu halten, erfordert kontinuierliche Anstrengung und Hingabe. Dieser Tag könnte ein wunderbarer Anfang sein, aber die wahre Magie liegt in dem, was du daraus machst. Sei auch bereit, zu lernen und zu wachsen durch die Erfahrungen, die die Liebe dir bringt. Jede Beziehung, sei sie kurz oder lang, lehrt uns etwas Wertvolles über uns selbst und wie wir lieben. Nutze die Einsichten, die die Astrologie dir bietet, um bewusster durch deine Beziehungen zu navigieren und um deine Reaktionen und Gefühle besser zu verstehen. Schließlich, lasse die Sterne dich inspirieren, aber sei nicht entmutigt, wenn die Dinge anders verlaufen als erwartet. Das Universum hat oft größere Pläne für uns, als wir uns vorstellen können. Manchmal führt ein scheinbarer Umweg zu den schönsten Zielen. Vertraue darauf, dass alles, was geschieht, letztlich zu deinem höchsten Wohl dient und bleibe offen für die Überraschungen, die das Leben für dich bereithält. In der Unendlichkeit des Kosmos spiegeln sich die Geheimnisse des menschlichen Herzens wieder. Jedes Sternzeichen trägt die Handschrift der Sterne, eingewoben in die Fäden des Schicksals, die unsere Beziehungen durchweben. Am 26. April öffnet sich ein seltenes Fenster, durch das die Liebe in ihrer reinsten, lebhaftesten Form strömen kann. Dieser Tag ist eine Erinnerung daran, dass die Harmonie der Sphären sich in den Momenten unseres Lebens offenbart, in denen wir Liebe empfangen und geben. Es ist eine Gelegenheit, nicht nur zu lieben, sondern auch die tieferen Lehren der Liebe zu entdecken. Wie sie uns formt, inspiriert und letztendlich unsere Seelenpfade erleuchtet. Am 26. April wird jeder Stern, jede Konstellation ein Zeichen sein, ein Funke im Dunkel, der uns zeigt, wie wir durch die Welt der Liebe navigieren können. Diese Reise durch die Sterne ist letztendlich eine Reise zu uns selbst, eine Suche nach der Wahrheit, die in den Sternen geschrieben steht und in unseren Herzen Widerhalt. Das ist ein Funke im Dunkel.